Willkommen bei der Garage Furker Wiesen AG in Nathas, eine Filiale der Garage Wiesen in Phile-Mörel. Hier tanken Sie zentral und modern, hier finden Sie Neuwagen, Top-Okkasionen und Ihr Wunschauto auf Bestellung. In der großzügigen Werkstatt übernehmen wir Reparatur, Service und Diagnose aller Marken, sowie Reinigung, Winter- und Frühlingscheck, Vorführung und Abgaskontrolle. Und hier nehmen wir auch alle Karosseriearbeiten entgegen. Das kompetente und freundliche Furker-Team freut sich auf Ihren Besuch. Garage Furker Wiesen AG in Nathas – für eine gute Fahrt!